Moin Leute, es ist wieder Montag. Ich habe wieder vier geile Produkte für euch. Seid gespannt, was euch erwartet. Unser erster D ist die Abdeckhaube Sand von Luis. Ist die perfekte Abdeckhaube für Outdoor. Ist natürlich wasserdicht, hat lackschonendes Material und so weiter und so fort. Kostet normalerweise 59,99 Euro, jetzt nur 29,99 Euro. Unser zweiter D ist der Schubert C3 Innalyse Edition. Jetzt besonders günstig, ein solider Klapphelm, lässt sich einfach mittels dieses Knopfes hier öffnen. Kostet normalerweise 399 Euro, jetzt nur 299 Euro. Falls ihr euer Motorrad mal einen neuen Lenker verpassen wollt, vielleicht mit dem Garzini Street Touring. Der ist aus Stahl, kostet normalerweise 49,99 Euro, jetzt 29,99 Euro. Unser letzter D ist diese Sweatshirtjacke von Highway One. Ist natürlich eine Motorradjacke mit Protektoren integriert, kostet normalerweise 159,99 Euro, jetzt nur noch 119,99 Euro.